Hallo liebe World of Warcraft Freunde, ihr seht hier spannendsten HC-Content. Während ich am Mittwoch meinen Daily Stuff erledige und mich hier durch eine HC-Inniepflüge für diese Weekly Dungeon Quest, irgendwas muss man ja auch im Hintergrund zeigen, möchte ich ein bisschen sinnieren in einer weiteren Ausgabe des Balance-Blogs. Und dazu herzlich willkommen, wir haben mittlerweile über 30 Ausgaben geknackt, ist also jetzt die Serie, die ich hier auf dem Channel am längsten laufen habe. Das ist zumindest was, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Was ich aktuell nicht so cool finde, ist, weiß nicht, Retail, WoW. Ich weiß nicht, also nicht, dass ich das Spiel jetzt gerade schlecht finde, aber ich merke halt gerade, dass bei mir dieser Punkt ist, wo ich an WoW wenig Spaß habe, zumindest an Retail, und wo ich auch ehrlich sagen müsste, wenn ich nicht raiden würde, würde ich gar nicht mehr einloggen, höchstwahrscheinlich. Das Raiden macht mir weiterhin Spaß und ich habe auch Bock, Schloss Natria zu klären, aber der Rest, ob ich da jetzt online bin oder nicht, das ist an und für sich eigentlich ziemlich wurscht. Und dementsprechend bin ich gerade nicht so super motivated. Gut, passiert. Worauf ich aber in diesem Video hinaus möchte, ist die Tatsache, oder ich möchte euch an meinen Überlegungen teilhaben lassen, ob ich Retail, WoW fremd gehen werde oder nicht. Und dafür herzlich willkommen, wenn euch das Video gefällt, Like, Abo, Glocke, ihr kennt das Spiel. Und ja, jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, womit denn fremd gehen? Allzu viele Möglichkeiten gibt es dafür ja nicht. Ich spiele auch so, wenn ich normalerweise, wie jetzt spiele ich ja trotzdem noch Playstation und sonst irgendwas, also da bin ich trotzdem ja immer aktiv in irgendeiner Form. Aber auf dem PC ist World of Warcraft das einzige Spiel, was ich wirklich aktiv spiele. Und dementsprechend, wenn ich dann schon mal anfange zu überlegen, ob ich nicht doch für einen Moment WoW den Rücken kehren werde, dann ist eigentlich schon die Lage nicht so gut, wenn ich das so sagen darf, kann, soll, wie auch immer. Aber jedenfalls, ähm, was mich zum Überlegen bringt gerade, und der ein oder andere wird es wahrscheinlich gedacht haben, ist The Burning Crusade Classic. Ähm, ein und für sich Vanilla WoW oder Classic WoW auf dem Classic Server hab ich nicht aktiv gespielt. Ähm, das weiß ich nicht, hat mir wenig Spaß bereitet, geb ich auch ehrlich zu. Und war jetzt auch nie so, dass ich gesagt hätte, keine Ahnung, das hätte mir auf jeden Fall besser gefallen als Retail. Dafür war das Spiel dann eben doch, weiß ich nicht, ich glaube früher hätte es mir auch Spaß gemacht zum damaligen Zeitpunkt, aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo du eben viele, ähm, Quality of Life Sachen drin hast, wo du viele Mechaniken drin hast, die zum damaligen Zeitpunkt einfach super veraltet waren, die heutzutage kein Mensch mehr braucht. Ähm, mein Gott, nee. Fuck off, wenn die Kiste nicht aufgeht, dann hab ich auch keinen Bock. Ähm, aber jedenfalls, das hat mir, weiß ich nicht, hat mich nicht bei der Stange gehalten. Es war, oder es ist für mich ein Unterschied, wenn ein Spiel schwierig ist, oder wenn ein Spiel einfach so gestaltet ist, dass es in meinen Augen so umständlich ist, dass ich nach einem halben Mob mich eigentlich immer hinsetzen muss und Mana trinken muss, weil ich sonst nicht weiterkomme. Weiß nicht, das hat nicht so viel für mich mit Schwierigkeit zu tun. Also Sachen. Deswegen, ich hab's, glaube ich, auch nie über Level 22 oder so rausgeschafft. Gebe ich aber auch ehrlich zu, ich glaube, ich bin nicht die richtige Zielgruppe für dieses Spiel gewesen und, ähm, denke, es kann durchaus Spaß machen, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber für mich war und ist es nicht das Richtige. Aber Burning Crusade, das ist jetzt so eine Sache, das reizt mich schon wieder ein bisschen mehr, weil das quasi kurz bevor ich mit WoW eingestiegen bin, ich hab's leider nicht mehr miterlebt, um, weiß ich nicht, zwei Monate oder so, und ist mit das Add-on, wo ich sagen muss, jetzt im Nachhinein, ich mag die Gebiete nicht, also im Nachhinein dieses Questen in den TBC-Gebieten, huch, da hab ich immer richtig plack gekriegt, aber ich hätte halt sehr, sehr gerne so die Raids und sowas erlebt und die Dungeons, weil das sehr anspruchsvoll gewesen sein soll und ich da nur Gutes drüber gehört habe. Das ist was, was mich sehr, sehr reizt. Und deswegen bin ich jetzt am überlegen, ob ich nicht doch, zumindest bis 9.1 rauskomme, ein bisschen rübergehe auf Burning Crusade Classic. Das bringt aber leider mehrere Probleme mit sich, die ich in diesem Video ansprechen möchte. Also erstmal vorweg, da braucht auch niemand Angst haben, an der Priorität auf diesem Channel wird sich nichts verändern. Dafür habe ich zu viel Zeit in Retail reingebuttert, als dass ich denen allen jetzt hier den Rücken kehren würde. Und Retail ist für mich, weiß ich nicht, Classic ist was für nebenbei, so mal. Aber letzten Endes Retail ist das Spiel, was ich erleben möchte, was immer weiter geht, wo ich meine Chars immer weiterspielen kann. Und da habe ich bei Classic eben nicht so das große Interesse. Ist halt dann jetzt mehrere Punkte. Ah, einmal die Frage, wenn ich sage, ich will mal nebenbei Burning Crusade Classic spielen, wie viel Sinn macht das dann überhaupt? Ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, was ich mal nebenbei so erleben kann. Das ist eine Sache. Dann kommt natürlich erschwerend hinzu, dass ich keinen Char habe, den ich in Burning Crusade Classic spielen könnte. Ich hatte mir auf Classic einen Schurken gespielt, wie gesagt, bis Level 20. Der ist aber natürlich um Welten davon entfernt, dass ich den Endcontent spielen kann. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, auch wenn der Pre-Page jetzt bald erscheint, diesen Schurken in dem Pre-Page hochzuleveln, sodass ich damit Burning Crusade Classic spielen könnte. No fucking way. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich mag Quests nicht. Und ich mag Level nicht. Außer wenn es sehr, sehr schnell geht. Und ich alles irgendwie skippen kann. Dann ja. Aber davon ab, der Rest interessiert mich einfach nicht. Ich will das Endgame spielen. Und das war's. Was natürlich dazu führt, dass ich zwei Optionen habe. Entweder ich lasse es sein und spiele nicht Burning Crusade Classic. Oder ich greife zu einer dieser tollen Boost-Optionen und schiebe Blizzard Geld in den Arsch. Und das sind eigentlich beides Optionen, die mir nicht gefallen. Grund 1. Eigentlich möchte ich Burning Crusade Classic spielen. Eigentlich. Aber ich möchte halt wirklich, ich will absolut nicht leveln. Das ist das, was ich am wenigsten will. Was dann dazu führt, dass ich ja eigentlich, wenn ich Burning Crusade erleben möchte, nur die Chance habe, entweder wenn ich diesen Dark Portal Pass oder wie das Ding heißt kaufe. Und mir ein Schar für 40 Euronen auf Level 58 boosten lasse. Oder ich hole mir diesen Deluxe Schieß-mich-tot-Boost, womit ich 70 Euro ausgebe und noch Mounts und sonst was dazu kriege. Also was schon mal ganz klar vom Tisch ist, ist diese 70 Euro Variante. Das kommt mir nicht in die Tüte. Ich will das Mount nicht. Das interessiert mich nicht. Und egal ob Retail oder Classic, ich benutze eh immer nur dieselben Mounts. Also das Ding brauche ich nicht. Jetzt kommen wir zu dem schwierigen Thema. Prinzipiell habe ich... Oder prinzipiell könnte ich es mir ohne weiteres leisten, diese 40 Euro da in so einen Dark Portal Pass zu investieren. Aber dann sind halt diese Gewissensbisse. Ich finde... Oder wie soll ich sagen? Ich verurteile niemanden dafür, der sich diesen Pass kauft. Das kann jeder machen, wie er möchte. Jeder soll mit seinem Geld anstellen, was er will. Dafür geht man ja auch dann in der Regel arbeiten. Dass man sich davon Sachen kaufen kann und so weiter und so fort. Alles fein. Ich persönlich habe ja neulich das Video gemacht und über die Preise berichtet. Und ich muss ehrlich sagen... Und da haben auch einige zu Recht angemerkt. Nichtsdestotrotz bleibt Burning Crusade Classic ein kostenloses Spiel. Das stimmt. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal hervorheben. An und für sich kostet es euch nichts Zusätzliches, wenn ihr Burning Crusade Classic spielen wollt. Außer halt diese monatliche Abogebühr. Aber mein Gott. Die ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Ich habe ja neulich diese Preise kritisiert von 40 Euro oder 40 Dollar für diesen Dark Portal Pass. 70 Dollar für diesen Premium Boost mit Mount. Das ist für mich für ein aufgewärmtes Spiel echt eine Menge. Also Blizzard bringt was raus, was sie eh schon hatten. Und macht jetzt mit Sachen, die sie wahrscheinlich 2 Minuten Arbeit kosten, irgendwie einen Pfeil zu machen, um einen Char hochzuleveln, machen sie so viel Geld. Okay. Wie gesagt, jeder soll mit seinem Geld machen, was er möchte. Ich persönlich... Das habe ich auch schon gesagt. Ich habe mir auch auf Retail schon Boost gekauft. Da fand ich den Preis jetzt auch nicht gut. Aber mir war es einfach wert, dass ich gesagt habe, weiß nicht. Nicht die Zeit, die ich jetzt dadurch einspare, dass es mir das Geld, was ich da jetzt reinstecke, wert. Das war die Überlegung dahinter. Das, ähm... Weiß nicht. Sehe ich auch immer noch so. Aber bei Burning Crusade Classic, ich befürchte halt, dass ich da dann das Geld reinschieße. Und nach, weiß ich nicht, zwei Tagen keinen Spaß mehr an der Geschichte habe. Und dass dann mein Geld im Punkt, Punkt, Punkt ist. Und natürlich kommt dann hinzu, dass ich neulich noch so über die Preisgestaltung, ich will jetzt nicht sagen, abgerotzt habe. Aber dass ich mit der Preisgestaltung seitens Blizzard nicht zufrieden war. Dieser Kritikpunkt besteht auch weiterhin. Ähm, deswegen... Mir ist es egal, was andere diesbezüglich über mich denken. Aber ich selber tue mich schwer damit. Würde ich jetzt sagen, ja, okay, ich habe neulich noch gelästert, aber jetzt gebe ich mal das Geld dafür aus. Who cares? Komme ich heute nicht, komme ich morgen, so nach dem Motto. Weiß nicht. Das ist eigentlich nicht so ganz meine Art. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen zwiegespalten, was ich machen soll. Auf der einen Seite würde ich es wirklich sehr, sehr gerne austesten. Auf der anderen Seite... Und da kommt ja dann das nächste hinzu. Nicht nur, dass ich dann mir selber widersprechen würde, sondern dass ich die Praktik von Blizzard absolut nicht gut finde, dass sie für sowas... Ich werde sie nicht unbedingt sagen, aufgewärmt ist. Aber dass sie für alten Content, für so wenig Arbeit, so viel Geld nehmen, dass man sie damit noch unterstützt. Man müsste ja eigentlich sagen, wenn du nicht willst, dass sowas gemacht wird, dann unterstütz es nicht. Ja? Ähm... Deswegen, das ist eigentlich sogar das, womit ich mich am schwersten tue. Ich will diese Praktik von Blizzard eigentlich nicht unterstützen. Was dann, oder was mich zu der Überlegung gebracht hat, ob ich, da ich ja jetzt eh 4 Millionen Gold auf allen meinen Chars habe, ob ich mir nicht einfach mit In-Game-Gold die WoW-Tokens kaufe und mir davon für 40 Euro diesen Dark Portal Pass hole. Ich weiß nicht, ob das die charmantere Lösung in dem Sinne oder in Anführungszeichen ist. I don't know. Aber es wäre zumindest die Option, wo ich sagen würde... Weiß ich nicht. Ich kriege das, was ich haben möchte, ohne dass ich Blizzard mein eigenes Geld jetzt in die Tasche schiebe. Aber keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich diesbezüglich anstellen werde. Ich glaube, da muss ich auch noch ein bisschen, äh, bis es soweit ist, drüber nachgrübeln. Und mal schauen. Vielleicht warte ich auch erstmal ab, wie so die ersten Reaktionen nach dem Launch von Burning Crusade Classic aussehen. Vielleicht hilft mir das, mich zu entscheiden. Aber keine Ahnung. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal dazu schreiben, ob euch das Thema auch interessiert, ob ihr dazu gerne Videos sehen würdet. Ich werde das jetzt definitiv nicht allein davon abhängig machen. Wenn ich jetzt gar keinen Bock auf Burning Crusade Classic hätte und alle sagen, ich soll das machen, dann würde ich es trotzdem nicht machen. Wenn ich auf was keine Lust habe, dann mache ich es auch nicht. Punkt aus. Mickey Maus. Oder so. Aber, ähm... Ja, keine Ahnung. Das ist ein schwieriges Thema gerade. Wir werden mal schauen, oder ich werde mal schauen, was ich diesbezüglich mache. Warte mal euer Feedback ab. Und jetzt hoffe ich, dass die den dann noch down kriegen. Keinen Bock hier noch eine Runde zu drehen. Und dann warten wir einfach mal ab, wie es dann am Ende aussieht. Aber auf jeden Fall, ich hätte schon ein bisschen Bock auf Burning Crusade Classic und was halt auch noch mit reinspielt. Ich habe mit Wrath of the Lich King angefangen und ich gehe ja stark davon aus, dass dann in zwei Jahren oder so auch ein WOTLK Classic Server kommt. Und da würde ich halt auf jeden Fall spielen wollen. Und da würde es mir auch mehr Spaß machen, wenn ich einen Char hätte, den ich halt auch schon vorher gespielt habe auf den Classic Servern. Nun gut. Wir werden sehen. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Ich bin für alle Anregungen offen. Und damit danke, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.